Moin Leute und Willkommen zurück zu Badoo's Gage. In der letzten Folge haben wir... ...des Badoo's Gage gefunden. Die heutigen, die nächsten Hearts werden erstmal damit verbringen. Wir suchen uns neue Verbündete. Wir brauchen mehr Verbündete, um ihn zu schlagen. Und zwar müssen wir auch hier hin. Du leckst Tower Destination on wheelchair. Und einmal das erkunden wollte ich auch mal. Also, ich hab ihn in der Hände bis er tot er war. Ja, ich hab ihn in der Hände bis er tot er war. Ich hab ihn in der Hände bis er tot er war. Ihr evil ways end hier. Draw steel, und wir werden diese Dispute einmal und für alle. Ich hab ihn in der Hände bis er tot er war. Haha! Ich hab ihn. Ich habe ihn nicht in der Hände bis er war. Ich hab ihn. Ich hab ihn nicht in der Hände bis hier. Ich hab ihn gefeiert, dass er nicht mit ihm sagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das war nicht glückbar. Ne, davon haben wir ja schon genug. Pfeile nehme ich immer gerne an mir. Nix, ey. Was macht das überhaupt mit mir, wie ich das mitnehme. Okay, das reicht glaube ich erstmal für mich. Okay, brauchen wir aber auch mal genug Pfeile. Bisschen nervt aber, wir müssen jetzt mal ein bisschen looten. Suchen nach, okay. Ach so, wir wurden angegriffen von Banditen, ach so. Was? Oh, das ist ein Gehalt. Oh, wir haben wieder was Neues. Ah, wir haben wieder was Neues. Das ist gut. Das ist fertig. 2 ich weiß es lang kann mir auch das lieber ganz ehrlich schlafen wollen dann morgens bei morgens kommen wir fast nur abwürfe it will be done it will be done it will be done you said something you said something sonny or not it is nice to enjoy the the was besser als die jetzige rüstung er kann die rüsten kriegen von mir nehmen wir den weg nehme ich mit nehme ich mit dann habe ich seine rüstung hier bei mir jetzt nehmen wir die mine aus ich ziehe mir jetzt eine an obwohl das eigentlich die gleiche ist warte, dann kratzen wir jetzt nicht weiter, dann musst du kommen wir auf jeden Fall auf jeden Fall müssen wir jetzt mal einen anderen Weg noch drinsuchen dann 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 was ist das denn so diegha 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 Es wird fertig sein. Mh-mh-mh-mh-mh. Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Mit ease. You have been waylaid by enemies and must defend yourself. No! I don't. There you go. There's an arcing there. Auf jeden Fall. You have been waylaid by enemies and must defend yourself. Oh, fuck my life, Alter. 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 Mark, spare no one! Sp fare no one! Spare no one! Einfach Flucht! Das ist ja verkehrt ein bisschen heftig. Für mein Leben vor allem. Guckt euch das mal an. Auch einfach mal ein paar Blundete. So. Gucken wir mal nach... Guckere Zeiten kommen, ich denke. Ach so, das sind Zwerge. Ist doch auf den Zwerge erreicht. So Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt... Na ich weiß, es kommt ja immer mehr. Wir werden das Spiel ja auch nicht durchspielen. Und wenn ihr nicht mehr so was wollt, Abo, Glocke... Na wir sehen uns in der nächsten Folge, weil du es geht. Tschüss!